Der von Greifswald. Ja, den muss man auch mal halten! Oh, der Foul! Nicht oft, aber ab und zu war doch mal... Mal hier mitbehalten. Jetzt! Jetzt! Seid immer die üblichen Verdächtigen. Ja, das ist auch Corona. Jetzt spielt er auch mit jetzt. Warte, ruhig! Seid immer! Ja! Wolltet er denn machen? Stüh, wie Mensch! Ja, das war eine Kopsache. Da müssen wir vorreagieren müssen. Da müssen wir vorreagieren müssen. Da müssen wir weiter schieben. Was ist denn das für Torwart? Mein Gott! Was ist denn das für Torwart? Mein Gott! Das ist mir aufgefallen. Empirische Studie. Und ab morgen ist er noch eine Stunde länger. Ja, halt an! Da musst du auch dran denken. Ich dachte, wir kürzen er doch. Wenn wir arbeiten müssen, das ist nicht so. Das sind zwei, drei, drei Scheiße-Bounceballer. Jetzt! Start! Ja! 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 Das ist aber gut gemacht! War einfach aus, ne? War einfach aus, ne? Ja. 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 Ich denke, alle hätten das gekränkt. Hoch und so. Aber ja, auf einmal, ne? Tor, Ende 30. Spielminute. Tor für den ersten FC in Hamburg. Anspielen! 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 Ah! Mit Sturm! Wieder so'n Scheiß-Ding! Ja. Schneller ist er irgendwo. Schneller ist er irgendwo. Oder so lang. Jetzt! Schieß! Oh nein! Wann! Stübi! Stübi! Ja! Na! Einglück nur, diese Magen. Lass den Ander weg, Junge. Schön. Jetzt komm, 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 geh rein! Zieh auf! Das ist wieder mehr als die Hälfte durch. Jetzt! Ja, der kommt! Hast du da doch aufgenommen eben? Ja, das ist gut. Hast du da gemacht? Den wollte auch so. Ja, definitiv. Dass man die Sportfahrt unterstiegelt nächste Woche gleich. So ein komischer Roller, der geht jetzt sonst wo hin, oder? Ja. Dann weiß der Ander gar nicht mehr anzufangen. Die kommen wieder so blut auf. Dann passiert nichts falsch damit und dann hoch damit hier. Der zieht da rein. Der ist ja angewohnt, der liegt denn da rein. Scheiße, da der Torwart. Wir haben auch so wenig Zeit. Ja! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hey! Außerhalb! Hey! Außerhalb! Hey! 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 Er hat nach Wott gesucht, der den ins Kopf, weil du erschicken musst. Egal. Jetzt kommt er. Fassinger. Hey! 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 Mensch! Er will! Halle! Scheiße man! Warum hat er denn Münchner Handel? 1.093. Minute, 3.00 Meter. Blaume, schiebt mich da raus. Sag ich doch, er pfeift dran. Es ist der Scheiße, der Schiedi. Das war vierter am Stück. Jawohl!